Herzlich willkommen zum Freestyle-Magazin, lasst euch heute ablenken. Wir haben jetzt etwas für euch, vor allem etwas. Wir haben Wrestling, Rallye und dann noch Frauenschwingen. Schwab auf Tour, Frauenschwingen mit Brigitte Kuhnz. Brigitte hat mir so viel Liebe gegeben, weil ich schon mein ganzes Leben von niemandem bekam. Auch von dir, da ist nichts zu erwarten. Und dann natürlich Rallye bei einem jungen Hot Shot. Das ist unglaublich. In einem Bergstrasse. Ja, der ist im Falle abgegangen. Ein BMW 325X. Ja, das geht gut. Also, wir legen mal los jetzt. Und viel Spass. Am 17. und 18. August 2012 findet in Orphund bei Biel wieder das Royal Arena Festival statt. Die Bühne teilen sich internationale und nationale Stars aus der Hip-Hop-Szene. Mit dabei ist der Basta Rhymes, der Ice Cube, I Am, der Dizzy Rascal, The Most Deaf oder Dylated Peoples. Aus der Schweiz auf der Bühne, Low & Leduc, Eldorado FM und Geiler als Du. Natürlich ist er dieses Jahr wieder die Freestyle-TV-Box von Plan B auf dem Gelände. Wenn du dabei sein willst, schicke ein E-Mail an freestyle-at-startv.ch oder einen Fax an die eingeblendete Nummer. Viel Glück! So, das ist Schwab auf Tour. Und heute gehe ich Rally fahren. Perfekt weit fahren. Grossier, oder? Ich würde sagen, see you later. Es geht ja weit ab. Es ist ja nichts drauf. Boah! Es leckt mich am Arsch. Es kommt ja fast nichts drüben. Es geht einfach. Es gibt ein paar Speisse im Maus. Okay, fertig. Es hat er nicht ernst gemeint. Es kommt nur die Pelsen. Boah! Der Häuble-Arsch! Du musst einfach wegschauen. Oh! 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 Oh nos! Oh! Oh! Jetzt haben wir ein paar zusammengelegt. Oh, ich habe noch versprochen. Ich habe noch ein Problem von dem Anfang. Es gibt keine Algen-Kuh mehr. Da musst du runter. Dann kann ich mir nachführen, um die Kuh zu runterzuhören. Die Strecke ist voller Kiesersteine. Der andere klappt aber. Ich habe den ganzen Tag noch nicht überlebt. Ich habe das Füße jetzt schon fertig. Das Fassination ist unglaublich. Unglaublich. Wir bleiben die Worte weg. Lassen Sie mich aussteigen. Der ist irre. Der ist nicht ganz dicht. Ich muss nicht mehr schießen. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Hey, merci. Ciao. 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 Ich wollte nur sagen, unglaubliche Sache. Ich habe gar keine Zeit gehabt, um mit Hosen zu schiessen. Es kommt dir vor wie so einem Film. Die K- ist fast durch. Steht euch mal vor, der neben einem sitzt und die ganze Zeit die Karte liest und die ganze Zeit auf die Karte schaut. Das ist nicht möglich. Das war Schwab auf Tour. Beim Rally-Fahrer. Natürlich nur nebenher von einem super Talent. Vielleicht ist er auch etwas durchgegangen. Ich bin nicht sicher, dass das Talent ist. Es ist doch alle ganz dicht. Ich spekuliere doch. Die wollen doch nicht mehr leben. Die wollen doch nicht mehr leben. So einer, der so fährt. kann sich die Karte zuschneiden. Wie kein Karte sagt. Ich habe mir diese Karte screwsgeizt. Doppelt. Der verstehe, der ist nicht fern. Ich habe keinen mit dem Wohnzimmer, mit dem Schicker. Und die Karte zeigen. Warte mal. Das war die Nurkün hinter dem Wohnzimmer. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich habe mir gerade noch eine Strasse gekauft, da habe ich gerade so ein Kästchen gesehen. Das hat mir gerade so ein Herz mitgenommen. Ein schwarz-weisses Kuscheliges. Da habe ich gefunden, jetzt muss ich wirklich dem helfen. Oh mir, 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 mir. 1, 2, 3, 4, 4, 5! 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 2, 4, 5! 1, 2, 3, 5! 1, 2, 2, 1! 5, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 10! 2, 1, 3, 5. 2, 1, 2, 1, 1 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 6. Ah! 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 Das ist der Strafz. Ich gebe auf! Ich gebe auf! Ich gebe auf! Woh! 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 Ah! 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 Oh, oh, oh! Oh! Ah! 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 Riding down the highway, Oh, 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 oh. Oh, no! Buh! Ahhhhh! Ahhhh! Ahhhhh! Ahhhhh! Oh! Ahhhhh! Ahh! Ja! Ah! Ich bin der Fall! Woh! Don't, don't reach! Ich bin der Fall! Ja! Haha! Und hier haben wir einen Winner! Der Terminator! Ja, ha, ha! Ja, ha, ha! Ha, ha! Das ist ein Arschweiß, aber wenn wir nach Hause gehen... Ja, dann müssen wir das verduscheln. Ja, wenn wir das essen müssen, dann muss ich das schmerzen. Komm, das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Du hättest öfters, doch, könntest du machen. Du hättest mit Bratwurst und Bratwurst. Ja, aber wir verdienen, das finde ich. Ja, wir braten es. So! Ah, duft! So, herzlich willkommen. Wir sind hier im Schwingklub in Hasle. Und ich bin heute von meiner Schwingerin Brigitte betreut. Hallo Brigitte. Ciao, Margot. Was zeigst du mir heute alles? Ja, wie das Frauenschwingen funktioniert. Oder das Schwingen überhaupt. Und was es für Techniken gibt. Und wie das eben einfach so geht. Das heisst, du zeigst mir jetzt erstmal bei einer Kollegin vor, was für Griff es so alles gibt beim Frauenschwingen, oder? Ja. Was wichtig ist, wie man greift und was für Schwingen gibt. Und dann schauen wir uns, wie es geht. Gut, also legen wir los. Wir fangen an. Sie zeigt mir jetzt ein paar schöne Griffe. Und dann nimmst du nachher mich, oder? Ja. In die Mangel. Ja, ja. Freust du dich, gell? Ja. Ich mich auch. Let's go! So, wir sind hier bei unseren zwei Kontrahentinnen. Brigitte zu meiner Rechten. Und äh... Martina. Genau, Martina. Also, zeigst du mir mal ein paar Schwungen, oder? Ja. Das, was du mit mir eigentlich machst, machst du zuerst das Bieren, oder? Zuerst greifen wir, wie man greift. Wie man greift? Ja. Okay. Dann greifen wir mal. Greifen zu. Das war jetzt der Griff, oder was? Ja. Das ist schon passiert. Okay. Also, wie heisst der jetzt, der kommt? Was hast du gesehen? Was du jetzt machst, kommt... Das ist jetzt der, der du nochmal machst. Nein. Die anderen. Also gut. Und wie heisst der andere? Abschlunken. Abschlunken. Okay. Schlunken. Wolltest du dir auch noch sagen, wie heisst der? Was ist denn? Welchen machen wir? Der kurz? Das ist aber der Hinterkai. Also kurz. Kurz. Cool. Öl. Okay, los. Hey, ich mache gar nichts. Das ist mehr eine Gewichtsfrage. Ich habe gerade den Maulwurf gemacht. Jetzt kommen wir jetzt zum Battle. Jetzt haben wir genug Gläuchler. Oder? Jetzt wissen wir, was ich stärker bin. Okay. Laufst du schon? Ja. Gut! Oh, okay! Das ist schon super. Nein... Okay, nicht! Aber du bist schon geil, Antobel. Dann bist du bereit? Ja. Ich komme zufrieden. Immer. Wird klein? Ja, ja. Geht! Ah! Geht! Ah! 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 Pff! Kampf 4. Wunderschön gemeistert. Brigitte. Zeigt mir den Bart in den Ost holt. Magst du nochmal? Ja. Machst du, gell? Es wird immer knapper. Du bist auch ein bisschen voll, oder? Ja. Die Karte zu. Gut! Aber das mit dem Überwurf, oder? Oh ja, warte schnell. Kampf Wiederholung. Schuhbandlauf. Gut! Guter! Oh, Schild! Oh, Scheid! Jetzt bin ich so beweglich. So, das war es am Schwingen. Mit Brigitte. Und ich sah, zu den Männern muss ich gar nicht gehen. So, Brigitte hat mir jetzt schon den Arsch versohlt. Wie fühlt es dir so? Gut, tiptop. Du hast mir heute viel Liebe gegeben. Ja, das habe ich für etwa drei Jahre genug. Also, tschüss. Der fliegende Sessel. Jetzt kommen wir zum Gossip. Juhu, Schapanner! Ja, habt ihr das Gefühl, ich verletze mich? Das Zeug verletzt sich nur bei mir. Ich bin der Flash, ich kann es mir nicht erlauben. Verletzungen, tut mir leid. Lachen wir bei euch. Also, wir haben jetzt eine Plan B-Box. Royal Arena Festival Hip-Hop vom Feinsten. Wir haben dort eine Plan B-Box. Schon letztes Jahr gehabt. Dieses Jahr auch wieder. Kleiner Aufrufe für alle, die jetzt vorbeigehen. MCs. Am besten gerade grossräumig. Alle B-Boys. Alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt, ausser den Stuhlgang hintereinander legen. Das geht nicht. Aber ihr dürft euch im Prinzip eigentlich alles erlauben. Vom Rappen bis herumtanzen. Witz erzählen lieber nicht. Witz erzählen, sonst kommen alle Arge auch vorbei. Also, wir schauen uns mal an, wie das aussieht. Plan B-Box. Royal Arena Festival. In B.O. Okay, CD. Drop the beat. Auch in diesem Jahr steht die Freestyle-TV-Box auf dem Gelände vom Royal Arena Festival direkt neben Plan B-Kantennen. I feel the heat tonight. I feel the heat tonight. Zeig, wie viel Swag du hast und gewinn mit einem kreativen Freestyle den Preis von deinen Träumen. Während zwei Minuten darfst du mit einem Einkaufsweg durch den Go brennen und einpacken, was dir zwischen die Finger kommt. Also, komm in die Freestyle-TV-Box von Plan B und lass dir die Chance, zwei Minuten gratis nach Lust und Laune einzukaufen, nicht entgehen. So. 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 18. Royal Arena Festival. Samstag. Machen wir euch bereit. Kommt hin. Rap it. Nehmen wir die Girls mit. Backgroundsängen. R'n'B wollen wir aber nicht haben. Oder? Wollen wir R'n'B haben? Nein, ich bin nicht für R'n'B. Ich bin wirklich für alles Originärle einfach nicht R'n'B. Hey, Aschers. Yeah. Also. Ich kann zaubern. Weiter geht's in der Sendung. Am 17. und 18. August 2012 findet in Orphund bei Biel wieder das Royal Arena Festival statt. Die Bühne teilen sich internationale und nationale Stars aus der Hip-Hop-Szene. Mit dabei ist der Basta Rhymes, der Ice Cube, I Am, der Dizzy Rascal, der Most Deaf oder die Dylated Peoples. Aus der Schweiz auf der Bühne Low & Lödück, Eldorado FM und Geiler As Du. Natürlich ist er dieses Jahr wieder die Freestyle-TV-Box von Plan B auf dem Gelände. Wenn du dabei sein willst, schicke ein E-Mail an freestyle-at-startv.ch oder einen Fax an die eingeblendet Nummer. Viel Glück! Eigentlich müsste ich platt sein. Eigentlich müsste ich nicht laufen können. Einmal eine Hirnbearbeitung durch das Rally. Einmal beim Wrestling zu viel um die Ecke geschwungen worden. Und Brigitte. Danke für immer. Nein, das sind die Momente, in denen ich froh bin, als ich den Job habe. Und darum sage ich, also, Mantic am 7 Uhr wieder einstellen auf StarTV. Und ja, tschüss zusammen!